Nach dem Angriff der Hamas führe Israel einen erbarmungslosen Krieg gegen die gesamte palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen, so die sozialistische Jugend vor Adelberg. Die Jugendorganisation bekundete ausdrücklich ihre Solidarität mit der palästinensischen Bevölkerung. Vor Adelbergs SPÖ-Landesparteichef Mario Leitner betonte, man stehe uneingeschränkt hinter der Solidaritätserklärung zu Israel und kündigte die Diskussion von Konsequenzen an. Er distanzierte sich im Namen der SPÖ vor Adelberg ausdrücklich vom Posting der sozialistischen Jugend vor Adelberg. Diese Position hat in der SPÖ vor Adelberg keinen Platz, so der neue SPÖ-Chef. Er werde einen Landesparteivorstand einberufen und alle weiteren Schritte diskutieren. Die junge ÖVP kritisiert, dass die sozialistische Jugend die terroristischen Angriffe auf Israels Bevölkerung durch die Hamas verharmlose. Als Österreicher haben wir eine historische Verantwortung gegenüber dem Staat, Israel und jüdischem Leben auf der ganzen Welt, stellte Frau Adelbergs JVP-Obmann Raphael Wichtel fest. ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker sagte, dass die SPÖ unter Andreas Babler, Zitat, immer weiter ins linksextreme rutsche. Durch sein Schweigen akzeptiere Babler die Unterstützung des Hamas-Terrors durch seine Jugendorganisation. Herr Präsident, Herr Präsident, meine Damen und Herren!